hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge nach dem letzten part im panzer cup abgeschlossen haben im spiegelmodus machen natürlich auch dasselbe noch mal mit dem bluten cup im spiegelmodus und ich habe nicht schon gerade zwei parts aufgenommen und dann im zweiten part gemerkt dass es keine spiegel ist nein das habe ich nicht ich habe mich am start die schon wieder nerven diesmal anscheinend nicht ich hatte zeit zu reagieren ich habe aber eher so auf die wolke da geachtet spiel wie ist es mir aufgefallen dass die spiegel gefahren jetzt im nachhinein fällt es mir auf dass ich kein spiegel gefahren wicke bürde hallo heute noch mehr wollen mich doch alle überholen oder ich wollte eigentlich gerade gar nicht benutzen aber ok ok wer da auf der fehler gebaut ich weiß ich wusste es eigentlich nicht abwerfen aber ich habe das irgendwie so kann ausgewohnheit wir kommen schon wieder groß fang ich weiß mal eine banane alle hier wünschen online einfach eine strecke und nein oh gott alter guckt euch die zeit alter war das klappt alter ey ich hätte den panzer nicht abwerfen sollen und dann kam so ein scheiß paublock und blubber ich war alter hahaha jedenfalls komme ich zuerst zu der kokospromenade alter what the fuck ey holy shit ach so ja guck mal ein bisschen der jetzt ausgeboten hat nach rechts gefahren ne so das sieht so komisch aus im spiegel im spiegel verkehrt irgendwie irgendwie das ist ungewohnt im spiel nur das hier zu fahren die strecke kann das so wo das ist zu das ist das ist also das ist ja Spiel am Blooper. Muss ich ganz lange jetzt weg. So. Oder Schmiedsitzel wäre weg gewesen. Also, ich glaube so oder so sogar. Aber wenn man hier über Fuß fährt, dann geht ja das Geschmier weg. Da fahre ich jetzt nicht rüber, das fahre ich für meine eigene Banane. Mach eine Hübe, eine Hübe. Nicht genauso. Ach so, ach so. Aargh! Aargh! Meine, ey. Mit Mario Karte. Ich denk doch ob ich schon wartet sollen. Nein. Ich bin ein bisschen fies mit meiner, aber ich muss schon sagen. ich habe jetzt das alte was ich hier haben wollte der wirft aber die kiste in der luft der spaß gelandet wäre baby der sie natürlich sieht die schon wieder dabei so weiter geht's auf der dritten stecke des blumenkatz die kirche karne lief es gerade richtig gut auf 150 cc und ich habe mich dann schon gewundert warum ich habe davor auch zwei sterne geholt hat am ende ich denke mir so weißt du aber ich habe nicht irgendwie gecheckt dass ich kein spiel gefahr ja das ich sehe nichts ich sehe ich sehe den unterschiedlichsten hier verdienten sie es ja ja scheiße habe ich verkackt ich sehe hier die abkürzung genommen so halb zumindest hat sich klappt mal endlich jawohl die drei gefahren ich glaube dass nicht erzeit gefressen hat als gespart hat der schnee da aber ich habe jetzt klar schaffe ich habe echt ein bisschen unschlüssig dieser schnee ja okay das war nicht einmal bis hinbekommen das richtig geil zu machen der wird gestritten so nicht ja 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 jetzt gefahren ich glaube dass ich jetzt noch die wolke abbekommen hätte was zum hallo darf ich hier driften vielleicht mal nicht okay das macht mich egal das macht mich egal dabei da war alles schlecht da habe ich am ende ein bisschen verkackt noch man dass die 40 so reibungslos ab verdammt verdammt naja okay kommen wir halt zum vierten rennen war dieses goldmine wie weit kann die lekal aus bevor sie abliegen ich bin vielleicht mal wirklich mal wieder angewöhnt item zu behalten nicht einfach weg zu wollen weil ich da jetzt nicht dachte dass da der roter panzer kommt gleich zu sein ja das wäre ein bisschen klügerisch wieder gewesen na ja und tschüss ich hätte es noch gefehlt ist noch mal so blöd gemacht hätte und dann leider über die absperrung untergefallen werden das ist kein kugel willi ich hätte verdammt ich hätte die abkürzungen ja der cup ist gelaufen so gucke wieder gucke wieder theoretisch hätte ich noch eine chance komm mach schneller geh doch nicht schon leer ja du machst gerade mal zwei sekunden angefühlt komm noch ein bitte ich muss aufholen was soll ich mit droidpads ich kann noch auf und theoretisch wenn ich ein kugel willi wenn ich jedoch erst dann das gibt es wieder lässt mich ganz wies es geht ja noch das alte brauche ich dann mal das ist da wo ein scherz warum fährt er da lang warum fährt er sich einfach da wo die ganzen schien lang fahren ich verstehe ich nicht erstmal ich bin ich wenigstens erst okay ich bin wenigstens noch ein gold pokal kriege ich wenigstens noch ey das ist einfach nur Mario Kart Und damit bedanke ich mich dafür, dass ihr zugesehen habt oder auch nicht. Bis jetzt bei der Wartefolge Market Week. Bis dann und ciao.